Mein Name ist Benioin Roesch. Ich bin Golfprofi und im Golfclub Lipperswil aufgewachsen. Die Faszination im Golfsport ist für mich, dass man nie ausgelernt hat. Man kann sich jeden Tag arbeiten und suche nach der Perfektion. Ich spiele auf der Pro-Golf und der Challenge Tour. Mein Ziel ist, in den nächsten zwei Jahren auf die European Tour zu kommen. Unterstützen auch Sie und ich auf dem Weg auf die European Tour. Ich biete Ihnen an, in einem attraktiven Umfeld Werbung für Sie zu machen. Organisieren Sie mit meiner Hilfe coole Pro-Ams und lässige Firmen-Events. Perfektion Vielen Dank.